Ich hab keine Ahnung. Oh, das sind Obst. Also Nektarinen, Pfirsiche, was du halt... keine Ahnung. Kirschen sind da oben, ey. Ja, das sieht halt aus wie viele Sachen. Ich seh da aber keine Kirschen. Ich seh da auch nicht. Ich find das falsch. Ich seh da auch keine Kirschen. 40 Nektarinen und irgendwie sowas. Also wenn du so Mitte oben rechts bist, da ist... Da ist auch keine Kirschen. Das sind zwei Kirschen. Ich hab jetzt extra auch gesagt... Ich seh da aber auch zwei Kirschen. Ich seh da aber auch zwei Kirschen. Ja, schade, Jay. Kirschen sind leider falsch. Ich hab doch Kirschen gar nicht gesagt! Das war Christian! Der richtige Obst wurde nicht genannt, Jonathan. Deshalb tut es mir leid. Das ist nicht richtig. Aprikose? Jonathan bekommt trotzdem noch den Punkt. Das ist das selbe wie eine Nektarine und Pfirsich! Also okay! Nein! Das ist das selbe wie eine Nektarine?! Das ist das selbe wie eine Nektarine?! Das zweifle ich offiziell jetzt an! Das weiß ich ne Challenge-Flagge! Nein! Das war's für heute.